Na, Wobbelmaus? Na, Entschuldige. Nicht schlimm, Hauptsache du begleitest mich, das ist so lieb. Du, ich finde es so cool, dass du das ausprobieren möchtest mit dem besseren Licht. Ja, unbedingt, wenn ich dadurch besser in Schwung komme. Außerdem habe ich hier noch ein paar alte Energieschauer-Lampen, die muss ich jetzt hier recyceln. Sehr gut, na dann, los! Ja, und woher wusstest du, dass man jetzt hier Lampen recyceln kann? Da gibt es eine Internetseite, guck mal hier, unter sammelstellensuche.de Dann gibst du hier oben einfach deine Postleitzahl oder deinen Wohnort ein und dann findest du alle Händler und Recyclinghilfe, wo du deine alten Lampen abgeben kannst. Sehr easy! Also ich meine, ich war mir noch nicht mal sicher, dass man Lampen überhaupt recyceln kann oder muss. Ja, unbedingt muss! Von jeder alten Lampe kann man bis zu 90% der Bestandteile recyceln. Du darfst also auf keinen Fall deine alten LEDs oder Energiesparlampen einfach so in den normalen Hausmüll schmeißen. Nee, musst du unbedingt zu so einer Sammelstelle fahren und die Lampen einfach in so eine Sammelbox legen. Und rein damit! Sehr gut! B Bis zum nächsten Mal.